Man sagt, Kinder lachen mehr als Erwachsene und haben deswegen so glatte Gesichter, also weniger Falten. Laut man halt, Chaplin hat gesagt, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Ist auch nicht schlecht. Du hast es mal ohne. Du hast ja keine Ahnung. Das Barocktheater Lambach setzte wieder einen Höhepunkt, denn der beliebte charismatische Schauspieler und Regisseur Karl-Heinz Hackl gab ein Gastspiel mit seinem neuesten Soloprogramm Lachen ist gesund. Dieser war dafür leicht zu begeistern. Das ist ein besonders schönes Theater hier. Ich habe eigentlich so etwas Schönes noch nie gesehen von der Größe an. Das ist eines der ältesten Häuser, die es überhaupt gibt. Im 18. Jahrhundert entstanden, großartig, dass es so etwas überhaupt noch gibt und bespielt wird auch. Das finde ich ganz toll. Und für mich besteht da kein Unterschied. Ich glaube, ich versuche halt überall das Letzte zu geben, was ich habe. Und das mache ich genauso hier und mache in Wien genauso. So war es auch nicht verwunderlich, dass schon lange keine Karten für diesen außergewöhnlichen Abend erhältlich waren. Zu Beginn zitierte Karl-Heinz Hackl, Charles Chaplin, der mit der Aussage, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag, sehr wohl zutreffend wirkte. Denn für das Publikum war es durch die ausgezeichnete Vortragsweise kein verlorener Tag. Manchmal ist man halt krank, dann geht es eh nicht. Aber solange man gesund ist, dann gebe ich überall alles. Steffi, du würdest es jetzt nicht glauben. Aber jetzt hörst du es trotzdem. Steh' vor, Steffi, etwas Schreckliches ist passiert. Du, wenn die Trump einsteigen willst, um heuer Sechse, gibt es plötzlich eine Riesenaufregung am Schwedenplatz. Ein Kerl rast um die Ecken, eine Menge Leute hinter ihm, alle scheinen, aah, voll, aah, voll. Komm, kommt nicht mehr in die Nähe, zieht er die Pistole und da hat sich natürlich keiner mehr zuhört, nicht mehr in die Kübra. Du, ich weiß nicht, was in mich reingefahren ist. Ich bin ja sonst eher vorsichtig. Du kennst mir, ob ich plötzlich denken muss, bist du teppert? Der Kerl ist ein Mörder. Der hat seine Frau umgebracht und ich gehe los auf ihn. Und der schießt und ich tue mich daneben. Da haben wir schon eine Kugel, bumm, bumm, bumm. Und die Haare nieder, du, 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 du hast umgefallen, wusch. Wieder Stiegelholt, ja. Und jetzt, wo er K.O. ist, da kommen natürlich die Leute. Auch amüsant, amoröse Weise spannte er so gekonnt den Bogen und traf somit punktgenau Ton und Witz. Und wenn du dann schließlich gar nichts machst, gibt es sofort zum Abschied einen Drittsieh, du hast kein Geld und kein Mitz. Von Klassikern wie Goethe und Schiller bis hin zur modernen Literatur referierte Karl-Heinz Hackl mit der Liebe zur Brünte, in grandioser Ausdrucksweise und Gesten so, dass das Lachen des Publikums keinen Augenblick auf sich warten ließ. Ich mache das Handtaschel zu, mache das Brünen von sich auf, gebe die Brünen rein, mache das Brünen von sich zu, mache das Handtaschel auf, gebe das Brünen von sich rein und mache das Handtaschel zu. Ich lache, ich ist gesund. Nicht nur, weil der Hackl so sagt, sondern ich halte es auch wirklich für sehr gesund. Lache auch gern. Ja. Ja, sicher. Ich lache überhaupt gern. Aber ja, war sehr schön. Hat mir gut gefallen. Das ganze Leben ist zum Lachen, oder? Überhaupt, wann man da herinnen ist. Auch schaffte er es brillant, das Selbstschlüpfrigste noch elegant klingen zu lassen, wie die Geschichte um das Schwalbenkorsett. Da suchte sie Gesprächsersatz und hat ihn schnell gefunden, bei einer Wirtin, wundermild, die Liebe gab, auf Stunden. Erst war sie mehr als Wählerisch, doch hat sich das gegeben. Das Äußere übersah sie bald, ihr lag nur wusch am Bestreben. Die Wirtin hatte leichtes Spiel, ihr wie der Garten zuzuführen. Und sie, sie lauschte mehr als gern, den heißen Männer schwüren. Dass auch Schillers Handschuh in der heutigen Zeit für Unterhaltung sorgen kann, bewies er mit der Interpretation von Helmut Qualtingers Version von diesem. Da fällt von des Altans Rand ein Handschuh von schöner Hand zwischen den Tiger und den Läuen mitten hinein. Für uns ist Karl-Heinz Hackl eine Persönlichkeit, der keine Stahlüren mit sich bringt, da er sich gerne zur Bereitschaft erklärte, uns ein Interview zu geben und in diesem auch ganz offen über seine schwere, überstandene Krankheit zu erzählen vermochte. Also ein Mensch wie Sie und ich. Das Leben ist ja manchmal ziemlich hart und gar nicht lustig. Und ich habe manchmal viele Dinge sehr viel ernster genommen, als ich es nach der Krankheit tue jetzt. Und wichtig genommen. Das hat sich geändert. Das hat sich wirklich verändert. Ich habe ein maßloses Glück gehabt, dass ich das überlebt habe. Und dann noch, ich meine, ich arbeite wieder. Das ist ja unfassbar eigentlich. Und ich habe durch eine Krankheit profitiert. Sogar profitiert habe ich davon, finde ich. Weil ich habe etwas dazu gekriegt mit der Krankheit, nämlich ein Bewusstsein, ein anderes erweitertes Bewusstsein. Und hoffentlich gebe ich vielen Leuten Kraft und Not. Also auch nicht nur den Kranken, sondern auch den Menschen, die die Kranken pflegen. Und man sollte Platz machen und sollte auch zurücktreten rechtzeitig und sagen, das sollen die anderen machen. Nicht aus Faulheit, aber ich glaube, man soll sich den Zeitpunkt erwischen, wo man sagt, jetzt ist es gut, jetzt ist es genug. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es bald sein könnte. Es wird bald sein, glaube ich. In diesem Sinne, liebe Zuseherinnen und Zuseher, lachen Sie und bleiben Sie gesund. Ich fühle mich heute so locker. Trinken schnell bei mir oben noch einen Mokko. Nein, das geht nicht. Sagt darauf der Mann, weil ich habe keine frische Unterhosen. Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht.